Ein leckeres, einfaches, schnelles Ofengericht. Das brauche ich jetzt. Wir nehmen uns ein paar Kartoffeln, halbieren sie und kochen sie für 10 Minuten. Nehmen uns ein paar Spargel, schneiden den hinteren Teil ab, geben sie in eine Auflaufform. In die Mitte legen wir Lachsfilets und zum Schluss noch unsere Kartoffeln. Nehmen uns eine Schüssel, hinein kommt Olivenöl, Salz, Pfeffer, Knoblauch und der Saft einer halben Zitrone. Geben es darüber. Das kommt jetzt in den Ofen, ca. 15 Minuten bei 220 Grad Umluft. Lachs, Spargel und Kartoffeln aus dem Ofen. Gutes Essen kann so schnell gehen. Guten. Gute.